Schuster, bleib bei deinem Leichte, oder wie sollen wir das noch ausdrücken? Sei einfach du selbst. Sei einfach du selbst, ja, hör auf dir, hör auf das Bein heben zu wollen, mit anderen Pinkeln zu wollen, ob das einfach nicht geht. Ja, also wir hatten jetzt wieder Menge Beispiele gesehen, uns angetan, auch wieder für, also gerade eben viel mehr hat die Jenny mir ein Video gezeigt und ich so, also, ey, ganz ehrlich, man muss halt überall dazugehören und ganz ehrlich, man muss halt alles mitmachen und ganz ehrlich, Schuster, bleib bei deinem Leichten. Ja, was heißt das, was hat das für uns zu bedeuten, was wollen wir euch überhaupt transportieren? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier an dem Montag, 21 Uhr und vier Minuten, der 9. September 2024. Ich bin froh, dass wir hier wieder online sind, ein bisschen was hier in die Kamera, in die Mikros reinprabbeln. Das Wochenende war wunderbar, dazu auch später mir, ich glaube, nee, nein, das Video, genau muss ich mich korrigieren, das Video von der Hochzeit werdet ihr nicht sehen, das ist was Privates, das bleibt quasi im engsten Kreis, so wie Fans die Eheleute auch weiter teilen möchten. Ansonsten hatten wir ein tolles Wochenende, auch jetzt hier ganz speziell am Bodensee war das ja die Hochzeit und ja, jetzt sind wir hier wieder Just in der Pfalz gelandet, aber hier, die Jenny, ich sehe schon, die Jenny brennt, sie ist on fire. Ja, was ist damit einfach gemeint? Damit ist jetzt nicht gemeint, dass man sich nicht entwickeln soll und nicht wachsen soll, ganz im Gegenteil, sowas ist immer gut, immer wichtig, raus aus der Komfortzone, sondern einfach, ja, dass man einfach sein kann, wie man ist und wer man ist und man braucht auch nicht irgendwie was zu schauspielen oder aufzusetzen oder sonstiges, weil letzten Endes, glaubt mir mal eins, die Leute merken das sowieso und das gilt für offline genau wie online. Ich glaube, die Zeiten, wo man irgendwelchen gestellten Müll auf Social Media sehen will, also irgendwelche perfekten, perfekt sitzenden Make-up, Frisuren, Outfits 90, 60, 90, 32 Szene, Dokumentation, Lächeln, Lächeln, whatever, also auch die Zeiten sind vorbei, man sieht es auch, diese ganzen Selfie-Profile und diese ganzen, ja, selbstdarstellerischen Dinge sind okay, wenn du tatsächlich so bist, ne? Also ich finde zum Beispiel, ich folge Ivana wieder, das ist die Frau von Dommergoy wieder und das ist natürlich eine Grande Dame, nenne ich es jetzt mal, ne? Also die ist natürlich, die sieht top aus, ja? Und ihr ganzes Profil und ihr ganzes Wesen ist auch so aufgebaut und die Frau ist aber so. Und da ist es auch einfach geil und da ist es auch einfach authentisch. Aber es gibt viele Menschen, die wollen sich irgendwie darstellen, wie sie eigentlich nicht sind und selbst online merkt man einfach, wenn etwas aufgesetzt ist und nicht so ist, wie es eigentlich ist. Und deswegen rufe ich dazu auf, seid ihr, seid ihr selbst, seid so wie ihr seid. Das Original ist immer noch das Beste, weil alles, was geschauspielert und aufgesetzt ist, wirkt einfach scheiße, Leute. Es wirkt scheiße. Jeder merkt das und keiner versteht es und jeder schüttelt nur den Kopf. Das braucht man nicht. Also der gemeine Volksmund beziedelt ja das Sprichwort Schuster bei deinen Leisten. Ich lese es dir jetzt hier einfach mal ab, ich bin der Ablesekünstler hier. Dass man sich darauf konzentrieren sollte, was man gut kann und sich nicht in Bereiche einmischen oder in Themen äußern sollte, von denen man wenig oder keine Ahnung hat. Das finde ich auch gut. Es drückt die Empfehlung aus, innerhalb der eigenen Kompetenzen oder Expertise zu bleiben. Was ich auch wieder persönlich so erlebt habe, ist, das hat man schon öfter so ein bisschen im Sing-Sang mit dabei bei unserem Podcast, wenn Leute ungefragt zu allem eine Meinung haben und vor allem diese Meinung ungefragt dir zum Besten geben und ich denke mir einfach, komm, halt die Raffel, was laberst du mich jetzt voll? Wer bist du? Wer bin ich? Sind wir hier in derselben Zeitrechnung? Was ist gerade los mit dir? Hör auf zu brabbeln, Alter. Du brauchst nicht nur zu brabbeln, dass irgendwas gebrabbelt wird. Ja, man muss auch nicht zu allem eine Meinung haben. Genau, das ist auch eine Sache, die ich nicht haben kann. Dann ist ja genau das Fatale, dann haben sie Halbwissen, ich bin auch nicht davor gefeit, ja, ich versuche mich ja auch breit aufzustellen, was das angeht, aber dann gehen die so rein mit ihrer Meinung, wo dann wirklich so viel gequillter Dünnschiss dabei rauskommt, wo ich mir denke, ey komm, langsam hört sie auf mit den Eigentoren. Jetzt kannst du mal langsam aufhören, aber auch das mit dem, was du gemeintest mit dem ganzen Thema, sich da irgendwie versuchen in Rollen reinzuzwängen oder Schuhe anzuziehen, die gar nicht passen, ne? Furchtbar, furchtbar. Und wenn ich mir überlege, guck mal, klar, wir Menschen, wir sind soziale Wesen, sagt man ja, wir wollen dazugehören, ansonsten sind wir Soziopathen, was weiß ich nicht, ne? Und Rudeltiere, hast du nicht gehört? Aber ganz ehrlich, auf Biegen und Brechen irgendwo reinzugehören, das schmeckt ganz komisch, finde ich. Weil wir waren heute auf dem Wurstmarkt, also das größte Weinfeste hier überhaupt in der Gegend, ich denke mal das größte Weinfeste der Welt. Und was man da so halt eben sieht, also ich bin nicht auf dem hohen Ross und schaue nicht von oben herab und denke, wie toll ich bin und was ich bin, ne? Aber wie sich manche Menschen benehmen, der totale Kontrollverlust mittags um elf, ja, natürlich, das Thema, da mache ich auch gleich noch einen neuen Tab auf und dann spule ich auch gleich noch was ab, was dieses Daydrinking, das was ja so toleriert wird und so angekommen ist mittlerweile in der Gesellschaft, das Daydrinking untertags, sich so die Lichter auszuknipsen, finde ich fatal. Und muss ich dazu, wie gesagt, gerade eben zeigte Jenny mir ein Video und ich sage zu ihr original, ey, wie froh, dass ich da nicht dazugehören will, oder dazugehören muss. Warum macht man so eine Kacke mit? Ich will jetzt nicht konkret darauf eingehen, was zu sehen war, wer zu sehen war, wie die Situation überhaupt war. Klar, natürlich fehlt euch jetzt hier auch der Kontext dazu, aber ganz ehrlich, ich muss hier mich nicht volldröhnen. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich weiß, ich schweife über ab, aber das eine gibt das andere, aber mach mal hier weiter. Ja, ich habe schon meine Rede vergessen vor lauter deinem Geserre. Ja, also auf jeden Fall, genau. Es soll nicht heißen, dass man, wie gesagt, stehen bleiben soll oder sich nicht weiterentwickeln kann, weil es wäre schlimm, wenn man stehen bleiben würde und sich nicht weiterentwickeln würde. Also wir kriegen oft den Vorwurf gemacht, dass wir komisch oder anders geworden sind, aber das ist einfach eine Form von, man hat sich halt weiterentwickelt, man hat andere Interessen, man, ne, also, ja. Das ist einfach raus aus der Komfortzone. Aber letzten Endes geht es mir einfach darum, dass jeder ist, wie er ist und auch bitte so sein soll, wie er ist, weil es wirkt, egal wie. Also, wie soll ich das sagen, wenn jetzt jemand mega spießig ist, ja, und kommt aus einer spießigen Familie, also jetzt, ich nehme jetzt einfach mal so diese Klischees, ja, und ist halt jemand, der einfach perfekt Hochdeutsch spricht, am besten Hannoveranisch, ja, hat am besten seinen Doktortitel gemacht und sonst was, dann ist diese Person so. Wenn diese Person jetzt auf einmal anfängt, ja, Dialekt zu sprechen und sich zu benehmen wie, sage ich jetzt mal, ein Bauer, wie gesagt, ich spreche jetzt hier in Klischees, dann ist es dann nicht, dann passt es einfach nicht. Dann ist es genauso aufgesetzt, wie wenn ein Bauer versucht, einen Doktor zu spielen. Also, wenn ihr wisst, was ich meine, ja, also, deswegen soll doch jeder einfach so bleiben, wie er ist. Ich meine, das heißt, hat nichts damit zu tun, dass man sich nicht weiterentwickeln kann. Ich war selber auf der Hauptschule, ich habe einen Bachelorabschluss, ich mache jetzt meinen Master, ich habe mich letzten Endes, nicht nur ich, Dommagoi genauso, wir haben uns von der Pike auf hochgearbeitet. Das heißt aber nicht, dass nur, weil ich heute vielleicht einfach, keine Ahnung, Führungsverantwortung für 800 Leute gehabt habe, dass ich jetzt meinen Master mache und sonst was, heißt es für mich nicht, dass ich die Leute, die bei mir in der Hauptschule, in der Klasse waren, nicht mehr kenne und dass, wenn die auf mich zukommen, mit mir sprechen, ich mich umdrehe oder ich dann so mega aufgesetzt jetzt in Hochdeutsch nur noch in Fremdworten spreche oder am besten noch versuche, Hochdeutsch zu reden, aber es kommt dann immer noch so ein Ich, also so ein Hochdeutsches, so ein Pfälsich-Hochdeutsch raus. Also, no, ja, ich rede mit den Leuten ganz normal, auf Pälsisch, wie auch immer, genau so kann ich aber auch im Job oder, keine Ahnung, wenn jetzt jemand zu mir kommt, der eben Hochdeutsch spricht, mich mit der Person Hochdeutsch artikulieren. Aber das ist einfach, trotzdem bleibe ich immer ich selber und einfach die Art und ich mag einfach und ich feiere einfach Leute, die sind, wie sie sind und die nichts stellen und nichts schmellen und nichts machen und nichts tun. Ich meine, klar, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man sich jetzt, keine Ahnung, völligst gehen lassen soll und jetzt hier im Internet rumrülpst oder so, nur weil man jetzt vielleicht zu Hause auch mal rülpst. Das meine ich jetzt auch nicht. Also man kann schon noch die Etikette wahren, ne, aber man kann trotzdem einfach so sein, wie man ist. Das wäre mir am liebsten, weil alles andere ist super nervtötig. Ja, aber wo soll man da jetzt anknüpfen großartig? Weil das Ding ist ja, vielmehr will sogar, jetzt nochmal hier, sich irgendwo reinzuquetschen in der Rolle oder sich irgendwo befindlich zu machen oder sich zugehörig fühlen. Die Butterbeyer Fies in der Pariser Schuhe, ne, sagt man hier oder hast du alles mal so gebracht? Das ist ein Spruch hier. Also quasi, was willst du mit deinen Bauernfüßen in Haute-Couture-Schuhen aus Paris? Ja, also das eine passt halt eben mit dem anderen nicht zusammen. Aber wie gesagt, nochmal, ich habe ja vorhin gesagt, wir sind soziale Wesen, wir brauchen unser Umfeld, viele brauchen, auch wenn du ein sehr introvertierter Typ bist und auch damit klarkommst, alleine zu sein, hast du wahrscheinlich doch so deine Family oder vier, fünf Fans, mit denen du trotzdem so in Kontakt stehst und so halt eben interagierst und wie auch immer. Aber nochmal, muss man überall reinpassen. Ich hoffe, dass jeder für sich irgendwann mal sieht oder einsieht oder auch den, ich sage jetzt nicht Erleuchtung, weil das ein bisschen hochtrabend ist, aber irgendwann der Schalter umgelegt wird, wo man merkt, brauche ich das überhaupt alles? Ey, nochmal, ich habe da, das war ein Blocker, ein Opa von 75, der war so, der war so, ich schwöre, der war so dicht, der ist gegen, es war so ein Zelt, ein ganz normales Zelt mit so Metallstangen, der ist voll gegen die Stacke gelaufen und dann ist da Regen, also das Regenwasser oben runter geschwappt, was ich da angesammelt habe. Dann guckt er in die Menge, lacht und läuft weiter und so. Ich denke mir nur einfach, was ist los mit dem Junge? So, du bist voll betrunken gegen eine Latte gelaufen, mäßig, ne? So, das ist alles, da muss ich da reinpassen. Nein. Muss ich mit meinen Freunden, damit das funktioniert, muss ich mit denen einen trinken, dass ich akzeptiert werde. Das ist der völlig falsche Weg. Aber auch gerade zu dem Thema optisch gesehen, weil du sagst, die Butterbeyer Vieh sind Pariser Schücher, also jeder soll sich auch so kleiden, wie er sich wohl fühlt. Das ist genauso was aufgesetzt ist. Wenn jetzt jemand, wie soll ich denn sagen, wenn sich jemand einfach gerne schick kleidet, dann soll er das auch gerne tun. Soll auch gerne mit seinen hohen Schuhen laufen und mit seinem Minikleid. Wenn jemand aber gerne, sag ich mal, was weiß ich, nur Jogginganzug anhat, dann soll er das auch machen. Ich meine, klar sollte man sich zum Anlass passend kleiden. Wenn ich jetzt, sag ich mal, im Job bin, dann bitte keine Jogginghose, ne, je nachdem natürlich, wo ich arbeite. Ähm, aber letzten Endes soll doch jeder auch das tragen, wo er sich wohl fühlt und vielleicht sich auch weniger von der Mode geleiten lassen, weil, ähm, ja, jeder hat auch eine andere Figur und das hat gar nichts damit zu tun, ob jemand dick oder dünn ist. Die Figur hat man. Egal, ob man dick oder dünn ist, hat man eine Figur und der Figur stehen bestimmte Schnitte und bestimmte Kleider. Natürlich, wenn man kräftig ist, kann man sich nicht anziehen, wie wenn man jetzt nur 48 Kilo wiegen würde. Das funktioniert auch nicht. Genauso wenig mit 48 Kilo hat man Sachen an, wie wenn man kräftig ist, ne. Also ich meine, das ist dann auch nochmal ein Unterschied. Aber letzten Endes ist es so, dass, äh, ja, jeder auch eine andere Figur hat und es kann nicht jeder jede Mode tragen. Also auch das ist so eine Sache, wo man einfach, ähm, für sich entscheiden muss, was gefällt einem und was gefällt einem nicht. Und natürlich muss man sich da auch von anderen nichts reinreden lassen. Aber es ist natürlich auch nett, wenn man, äh, in seinem engsten Umfeld Leute hat, die einem dann auch mal sagen, ich meine, wie gesagt, es ist alles eine Geschmackssache, nur weil der eine Grün nicht mag und der andere mag Grün. Heißt es ja nicht, dass ich nichts Grünes anhaben darf. Aber wenn jetzt was einfach nicht gut aussieht, weil jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ich Hochwasserhosen anhab oder, keine Ahnung, Sachen, die zu eng oder sonst was sind, dann ist es auch ganz nett, die Person vielleicht mal drauf hinzuweisen, ne. Aber jetzt auch mal so gesprochen aus meiner Wahrnehmung, aus meiner Kindheit oder auch, ähm, wo ich dann halt eben in der Pubertät war, ähm, ne, jugendlich wie auch immer, äh, es fällt ja allen auf, ne. Es gab immer schon die Mittler, es gab schon immer so die Skater, ja, es gab die Hip-Hopper, es gab dann so, ich glaub, da war immer, ne, das war glaub ich noch unsere Zeit, Emos, ja, die Emotional Hardcore Light, es gab die Drum'n'Basser, die Techno-Hatzen, was weiß ich nicht, äh, da hab ich schon eigentlich für mich gemerkt, so, ja, das ist ja schon wie eine Art Kaste, ja, will ich dazu, äh, dazu gehören, will ich dazugehörig sein, also mir ist schon sehr früh für mich aufgefallen, dass ich das eigentlich alles gar nicht will, eigentlich ablehne, ja, ähm, du erzählst auch ganz gerne mal von deinen, äh, Punk-Zeiten, ne, deiner, deiner Auflehnung, deiner Rebellion, ähm, das ist ja auch nicht mehr mit dem zu vergleichen, was eigentlich heute so abläuft, ich hab ja auch damals bei uns in der Straße, da waren ja auch, äh, Punks, beziehungsweise ein, ein ganz Spezieller und der war auch Stadt bekannt und den hast du auch immer am Marktplatz getroffen, ne, war ein klarer Kerl, um Gottes Willen, ne, aber wie gesagt, ähm, ich hab für mich gemerkt, das ist alles Bullshit, das ist für mich alles totaler Bullshit, ähm, will ich irgendwo reingehören, ey, keine Ahnung, bin ich ein Hip-Hopper, ganz ehrlich, ja, äh, Baggies haben wir angezogen halt, ja, wir hatten die Baggies an, wir hatten auch mal Skaterschuhe an, wir hatten die Nikes an, wir hatten dies an. Aber ich sag mal, das ist halt für mich auch was, was ich gar nicht leiden kann, ne, also ich bin jemand, der nicht nach Optik entscheidet, ob er jemand mag oder nicht mag, oder ob er jemand leiden kann oder nicht, ähm, ich bin jemand, der wirklich guckt, okay, was hat der Mensch im Herzen, was hat der Mensch im Kopf, ne, wie kann man sich mit dem unterhalten und mir ist es total egal, ob da jemand grüne Haare hat und zerfetzte Jeans oder ob da jemand im Anzug kommt oder ob da jemand in der Jogginghose kommt, das muss jeder selber wissen, was ihm gefällt und was er gerne anhat, das ist, ne, also das ist total egal einfach, ne, und dafür bin ich auch, dass einfach jeder sein kann, wie er will und der Witz an dieser Punker-Geschichte ist ja die, also ich bin tatsächlich mit grünen Haaren gelaufen und bunten Strumpfhosen und eben so typisch Punker und natürlich wirst du immer von allen dumm angeguckt und bist der Außenseiter und die Leute lästern über dich, das war mir aber scheißegal, aber der Witz ist, ja, das Schlimme ist, dass die Punks, wenn du dich eben anders kleidest, weil ich meine, irgendwann hat es halt der Job nicht mehr gemacht, beziehungsweise man entwickelt sich ja auch weiter und der Style verändert sich und das war bei mir so eine Phase von, sagen wir mal, zwei Jahren, aber nichtsdestotrotz bin ich ja irgendwo natürlich noch derselbe Mensch mit derselben Einstellung, obwohl ich mich natürlich in den Jahren verändert habe und natürlich eine andere Meinung gekriegt habe und auch eine fundiertere Meinung, weil man einfach Lebenserfahrung mit dazu hat, aber trotzdem hat man ja irgendwo noch vielleicht Wertvorstellungen, die einfach gleich sind, aber der Witz ist, wenn du dann da in die Szene kommst, also was heißt in die Szene, also ich muss dazu sagen, die Agi habt ihr auch schon kennengelernt, die hat in Leipzig in der Eisenbahnstraße gewohnt, das ist, sage ich mal, berühmt berüchtigt, die hat halt in einer WG gewohnt und ich habe die halt besucht und das nach der Arbeit und da war ich halt eben im Anzug, weil einfach Dresscode und dann wirst du halt von den Leuten auch dumm angeguckt und angegafften, wirst halt immer gleich als Spießer abgestempelt, das ist genauso scheiße, auf gut Deutsch gesagt, wie wenn du dann von den, in Anführungszeichen, Klischees gesprochen, Spießern dumm angeguckt wirst, weil du bunte Haare hast oder so, weil wie gesagt, es ist total egal, wie jemand rumläuft, es ist wichtig, was jemand im Kopf hat und was jemand im Herz trägt und es ist doch schön, wenn wir alle Individuen sind und wenn wir alle anders aussehen, es ist doch ekelhaft, wenn jeder gleich aussieht und so Mainstream und alle, oh jetzt ist die, was weiß ich, Levels 501 cool, jetzt haben wir die alle an, mit einem Polohemd, mit Stehkragen am besten und was weiß ich, was soll das? Ja, ich meine mal, davor ist ja keiner gefeit, da ist immer der Begriff des Framings dahinter, es gibt ja in der Politik des Framings, über Medien des Framings, ja, du kannst eine Demonstration als aggressiv framen oder als was Positives darlegen und so ist es doch halt eben auch bei verschiedenen Bildern, die wir von Menschen haben, wo man erstmal von vornherein denkt, oh Punks sind schlecht, das sind Gammler und was weiß ich nicht, nichts Nutzer, wobei es dann echt, also auch die, die ich kennengelernt habe, eigentlich super schlaue Leute sind, die einfach keine Lust mehr auf das System hatten oder haben, also wie gesagt, vom Framing sind wir alle nicht gefeit, natürlich ein Stück weit, wenn du mitmachen willst, Karriere machen willst, mitmischen willst, musst du dich in eine Rolle zwängen, ich weiß nicht, ob es der Weg ist. Vielleicht einen bestimmten Dresscode schon, ja. Ja, also früher auf der Bank war Schlips, heute gehe ich auf die Bank, siehst du mit einem Bermudas quasi, ne, also. Also ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt auch nicht so meins, ne. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also für mich hat man, das kann jeder sehen, wie er will und natürlich müssen wir moderner werden, natürlich sind die Zeiten anders, aber für mich auf der Bank, weiß ich nicht, hat, also ein adrettes Aussehen hat was mit Seriösität zu tun und Geschäfte auf der Bank haben für mich was mit Seriössein zu tun und da gelob ich mir ein seriöses Outfit. Das heißt jetzt nicht, dass keiner ein Tattoo haben darf und keiner, was weiß ich, bunte Haare, also, was weiß ich, gefärbte Haare haben darf, um Gottes Willen, ne. Also man kann ja einfach adrett gekleidet sein, da muss man auch nicht Anzug anhaben, aber es muss einfach irgendwo passen, meiner Meinung nach. Ja, also, ganz ehrlich, ja, von einem Metzger erwartest du halt eben auch, dass er in der Metzgerstürze da ruckt. Ja, also ganz ehrlich, Leute, da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt, was ich super ekelhaft und widerlich finde, ist, wenn jemand mit Lebensmittel arbeitet und hat diese langen Schippen von Nägeln. Also, Leute, sorry, geht gar nicht. Ob Bäcker, ob Metzger, ob Koch, ob weiß ich nicht, aber wenn ich mit Lebensmitteln arbeite, dann habe ich keine Kunstnägel zu haben, da habe ich auch keinen Nagellack drauf zu haben, da habe ich saubere, gepflegte Nägel zu haben. Also, ich bin mir ziemlich sicher, über die Desinfektionsregeln, die wir damals hatten, auch hinter der Theke und was weiß ich nicht, war das ja grundsätzlich nicht erlaubt. Ich glaube, das hatten sie mittlerweile gedehnt gehabt, das Ganze. Weil ich, also ich sehe das immer öfter, dass die Leute wirklich, ja, auch die langen Fingern, klar, die ziehen ihre Handschuhe über, aber du weißt ganz genau, wie es halt eben ist, ja, wir haben unsere, ne. Handschuhe sind laut Hygieneverordnung nicht erlaubt. Ja. Meine lieben Leute. Jetzt mal abgesehen davon, aber ich glaube, da gab es einiges, oder vielleicht auch drüber hinweggeschaut. Weil die Leute halt unbedingt diese Nägel da, ganz ehrlich, wo kam der Trend her, dass da manche Fingernägel fünf, sechs, sieben Zentimeter lang sind? Also, ich meine, du, 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 ja, ich mach mal ganz kurz, ich muss noch kurz eingrätschen, eingrätschen. Diese Bilder in meinem Kopf. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So, ganz kurz. Wir müssen mal, nochmal, wir müssen mal ganz kurz damit aufräumen. Du hast ja eben noch gesagt, vor ein paar Minuten, gab es ja diesen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, jeder kann so sein, wie er will, kann sich anziehen, wie er will, kann eigentlich nicht so ausdrücken, wie er will. Kann er ja auch. Jetzt kommst du mit diesen, wo die Zähennägel, sag ich, Fingernägel, was ist los? Ja, Moment mal, jeder kann, von mir aus, Fingernägel haben 30 Zentimeter lang, kann jeder machen, wie er will, ist jedem seine Sache, aber wenn man mit Lebensmitteln arbeitet, dann hat das was mit Hygiene zu tun oder wenn man in der Medizin ist, alles was mit Lebensmitteln zu tun hat oder mit dem menschlichen Körper, alles was mit Hygiene zu tun hat, da haben keine Nägel was zu suchen. Kann man sagen, was man will, weil das einfach nicht hygienisch ist und da stören sich die Leute dran, sag ich mal, wenn der Hund scheißt, weil es eklig ist, wenn da Hundekacke irgendwo liegt, aber sorry, diese Nägel sind einfach eklig. Ja, also. Halle, kann ich sagen, das Bild im Kopf, wenn du am Arsch am Putzen, da nimmst du einfach mal so eine Linie mit. Ich finde es halt auch nicht zum Lachen, ich finde es halt wirklich so. Ganz ehrlich, jeder muss auf die Toilette und ich weiß nicht, ob die dann alle ein Pidee haben und benutzen einen Wasserstrahl, aber auf jeden Fall ist es eklig, es ist schon ein ekliger Gedanke und ich finde es auch nicht zum Lachen, es ist einfach widerlich und sowas hat hinter einer Wurst, Fleisch, Käsetheke beim Metzger, beim Bäcker nichts zu suchen. I'm sorry. Ja, bin ich völlig bei dir. Ich bin auch bei dir, auch wenn die Leute hinter den Kulissen backen, wo es der Kunde eigentlich nicht so offensichtlich sieht oder je nachdem, finde ich es nach wie vor in dem Hygienesektor enorm wichtig, also Lebensmittelsektor hoch wichtig. Ansonsten kann von mir aus jeder machen, was er will, der kann sich die Nägel auch auf den Kopf kleben von mir aus, es ist mir total Bums, auf gut Deutsch gesagt, wie jemand aussieht. Wie gesagt, ich urteile nicht nach dem Aussehen, ich rede mit den Leuten und mir ist wichtig, was da rauskommt und nicht was äußerlich ist. Aber wie gesagt, es gibt einfach verschiedene Dinge, also es gibt einfach verschiedene Normen, wo man einfach sagen muss, das ist halt Hygiene und fertig aus Bums. Das ist so. Ich habe Angst, was zu sagen, ganz ehrlich, da grätschst du direkt wieder rein mit der Lothar Matthäus hier. Ja, aber deswegen, vielleicht, wenn man das gerne mag, solche Nägel, sollte man auch, Schuster bleib bei deinen Leisten, vielleicht eher in die Beautybranche gehen oder in die Modebranche oder ins Büro, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht mit Lebensmitteln arbeiten. Ich meine, derjenige, der das jetzt auf Spotify hört, sieht es halt eben nicht. Ne, doch, da kann man es auch sehen. Aber guck mal, wenn ich jetzt beim Friseur bin, gut, ich bin beim Männerfriseur, ne, da ist dann niemals eine Frau, Arsch. So, schneiden die so, ne. Und dann hängt ja nochmal, keine Ahnung, sieben Zentimeter lang. Ja, aber das können die, das können die per Exelon. Die meisten von denen haben ja so lange Regeln. Keine Ahnung, also, ich bin da komplett raus. Ich bin da auch mit den Designs, also, nochmal, wie ich rumlaufe, wie ich meine Tarte trage, wie ich aussehe, ob ich dünn, dick bin, groß oder klein bin, jeder kann sich ja auch... Hauptsache, du bist so hier. Ne, ne, ist lustig, jeder kann sich ja die Meinung bilden, wie ich bin, kann mich auch gut oder schlecht finden, Daumen hoch, Daumen runter, was weiß ich nicht. So, aber meine Meinung ist, dass kein Mann der Welt gesagt hat, wenn einer so vorbeikommt, mit, keine Ahnung, mit diesen Nägeln. Es gibt ja, vor wie vielen Jahren, in Tuff oder bei Galileo, war doch so eine ältere Dame da, äh, mit den Rekordfingernägeln, die sich nie geschnitten hat und die waren ja, die ist ja dann so rumgelaufen, wieder T-Rex, also T-Rex-Arme und dann ist es quasi, keine Ahnung, wo die hingewachsen sind, die Nägeln, also, furchtbar, also, worauf ich hinaus will, ähm, man kann das ja selber schön finden, aber wenn man auf eine Reaktion des anderen Geschlechts hofft oder des gleichen Geschlechts, die dann halt eben sagen, wow, it's pretty like, ne, so auf die Art, glaube ich nicht, dass das passiert ist. Ich glaube, das ist einfach irgendwann passiert, so individuell mäßig, ja, ich würde mal ein Kleeblatt drauf haben, oh, Komodon, Marienkäfer, Design, wieso nicht, so und dann hat sich das alles verselbstständigt. Ja, das ist Acryl, keine Ahnung, da malen die drauf, da hast du einen Sternenhimmel, da hast du irgendeine Weide mit einer Kuh drauf, keine Ahnung, kann jeder hübsch finden, schön finden. Ich finde es mega praktisch, du schränkst dich selber ein, wenn ich die Leute sehe, wie die Kleingeld aufnehmen. Wenn das, ne, das ist jetzt die gerade Oberfläche und da ist eine Münze drauf, dann machen die so, also die können das nicht greifen, wie ich jetzt so, die müssen das mit aller Hoffnung so rübersliden, dass die es in der Hand haben und so in ihrer Palm mäßig, ne, denke ich mir, Alter Bratte, was ist los? Ne, und dann bin ich wieder beim Thema, beim Allernatürlichsten, wenn du halt eben mal das Stück Leben rausdrücken musst, ne, was passiert dann, wie, ganz ehrlich, wie putzt du dir den Arsch ab? Ich nenne das Kind beim Namen, wie machst du das? Vielleicht gibt es da ein lustiges Meme, ich weiß es nicht, ich muss mal gucken. Ich will das gar nicht wissen, warum sind wir jetzt bei diesem Thema gekommen? Ja, ich merke, wir driften ab, darum geht es eigentlich, also wir waren, Schuster, bleib bei deinen Leisten, bleib, also, nicht nur von der Profession ausgesehen, ja, wenn du dich nicht auskennst, also mein Fazit ist einfach, sei du und du wird immer in sein und du wird überall ankommen, ob online, ob offline, wenn du du bist, dann wirst du beliebt sein, da wirst du deinen Fanclub haben, da wirst du deine Freunde haben, tolles Umfeld, wenn du aufgesetzt bist, wirst du auch nur Menschen treffen, die aufgesetzt sind, die unehrlich sind, du drehst dich um, dann wird schlecht geredet, hast das Messer am Rücken, Fakt, das war mein Fazit für den heutigen Tag. So, also, mein Fazit ist einfach, wenn es das bedarf, ja, dass du dich in eine Rolle reinzwängen musst, um bei Leuten anzukommen, sind es ja deine Leute, ne, du kannst deine Leute selber um dich herumscharren, so wie du bist, man sieht es auch bei ganz vielen Beispielen online, bei Streamern, bei YouTubern, wo du eigentlich denkst, ey, was ist das für ein Typ, was ist das für ein Typ oder was ist das für ein Mädchen überhaupt, wo du in Klischees gedacht hattest, dass die eigentlich nie eine Followerschaft aufbauen können, ich sag, das sind die Influencer von heutzutage, Leute wie du und ich aus dem engsten Kreis, ohne dass da irgendwie was gefakt wird, einfach Leute aus der Mitte der Gesellschaft, bitteschön, darum geht's, sei du, bleib du und verbieg dich für niemanden. Genau, so viel dazu, das war unsere Episode, unsere Montagsepisode zum Thema, sei kein Lauch, nee, sei kein Schuster, sei bei den Leisten, nee, wie war das? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Genau, bis dahin, bleibst mir gesund, bleibst mir stabil, am Donnerstag kommt die nächste Episode, eine neue Episode und bis dahin noch eine schöne Woche, bleibst mir gesund und ciao.